Wir versuchen es wieder. Und dann, wir versuchen es wieder. Juuu, Tote Tote, das haben wir ja schon alles. Das haben wir ja schon alles. Das haben wir ja schon alles. Ich muss wieder return return return. Ba ba bla 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 bla. Ich verstehe. Haben wir ja alles schon gehabt hier, ne? Im letzten Part. So, ba du, ba du, ba du, ba du, ba du, ba du, ba du. So, let's begin. Ah, Functional Kudon. All right. All righty, all right. I'm screwed, eh? Yes, baby. Yes. We got it. All right. Ah, shit. All right. Oh, no. Heimlich geübt's mit Wegen-Banane, ja? Der war scheiß Durchgang. Damn. Zehn ist natürlich nichts, ne? Ah, nur ein Kader. Am Anfang hat's so gut angefangen, Leute. Und dann das hier, ne? Oh, der Parkett-Fail am Anfang. Das ist natürlich immer fatal, wenn man am Anfang schon Fail macht, dann hat man wieder im Prinzip ein Xer verschenkt, ne? Und das ist schnodgut. Das ist schnodgut. Das ist schnodgut. Das ist schnodgut. Und das ist schnodgut. Das ist schnodgut. Und wie bei dem Fall ist das? Ja. Es macht aber auch richtig viel Laune. Aber macht trotzdem immer Laune. Macht echt viel Laune. Und das ist ja... Das soll ja auch ein Spiel sein, dass es Spaß macht, man freut hat. Ich hab keinen Spaß. No. Einzüßig, ja. Kann ja nicht so schwierig sein, oder? Oh, aber immerhin elf. Mörder. 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 Stimmt. Letzkonzentration. Volle Konzentration. Yes. Alright. Aaaaaaah! Damned. Ich hab aber noch ein Schanker. Alright. Alright. Sick, man. Ach so, komm, mach her. Ja, egal ist sowas. Alright! 12 haben wir schon, neuer Rekord. 13, 14, 15, so gut war ich noch nie! Aber immerhin 15, ne? Ich glaube im letzten Part waren es 14, glaube ich, wo ich mein bester Highscore habe. Aber 15 ist halt auch nicht die Welt, ne? Damit wäre ich ja auch nur hier irgendwo im Nirvana, ne? Probieren wir noch mal. Die Musiker zuschauen so. No, no! Die passt, aber irgendwann wird doch mal nervig, ne? Den kann der mit der Zeit schon böse auf den Senkel gehen, ne? Ich habe nicht so viel. Das Problem, wenn man dann noch ein Video macht und noch redet und redet und redet, das lenkt einen ab. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Wie wenn jetzt einer nur so spielen würde und sich da voll drauf konzentriert, in aller Ruhe, dann hat man da, glaube ich, bessere Chancen. Aber wenn man halt noch so Content bringt, wie reden und ab und zu mal in die Kamera linsen, da lässt das Slang doch unwahrscheinlich ab, Leute. ladet euch auch mal runter und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Oh, das war jetzt heute. Wie weit ihr gekommen seid? Nein, nein. Gleich am Anfang zwei Vergeigtes gibt es nicht, oder? Ich muss mich da ein bisschen besser konzentrieren. Aber ich glaube mal, einmal Highscore erreicht und schon ist man irgendwo innerlich zufrieden und dann erstmal so ein bisschen schleifen. Aber ich gehöre trotzdem mein Bestes. Ich versuche ja alles. Ist ja nicht so, dass ich hier mehr an Fingernpopos denke, ne? Nein. Ich gebe wirklich mein Bestes. Boah, so ein dicker Burgerl. Wer ist jetzt her? Alright. Jetzt Konzentration. Oh ja. Yes. Ja. Alright. Alright. Neun haben wir schon. Neun haben wir schon. Yes. Rekord eingestellt. Ja. 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 Batsch. Aber immerhin 17. Immerhin. Ne. A new record. Immerhin. Immerhin. Bisschen der ... Da war immer zu nervous in the fingers. Du understand this? A little bit too nervous. aber wirklich ein schönes Spiel dieses wirklich cooles Ding macht riesig Spaß und es ist einfach ein cooles Spiel ein cooles kleines Spielchen für zwischendurch Yo new record! I saw it! Hallo hello hello again! pop 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 Iaiaiaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ich glaub es gibt keinen der das momentan nicht spiegelt, dieses Jumping with Jomper. Cooles Spiel, I love it! Wir bedanken uns für's Zusehen, würden uns freuen, wenn ihr euch einschaltet, wenn ihr euch auf uns am großen Kanal Bittet, wir werden euch noch das Video Schreibt mal's in die Kommentare, aktiviert die Klopfen, gefallen oder kein Abo habt, Köpfen drücken, press that button to subscribe Ansonsten genießt ihrs Leben, habt Spaß, passt auf euch auf, übertreibt es euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal Wir sagen schön mit den Öffentlichen die Grotes, Eurostee, thank you and goodbye, good night, stay healthy and have a wonderful Christmas time, bye bye